Ich bin ein Karlsruher Mädchen, da bin ich stolz drauf. Ich habe nie verleugnet, dass ich aus dem guten badischen Holz geschnitzt bin. Ich habe auch gesagt, man kann überall leben. Ich nicht. Ich bin geboren und aufgewachsen als Kind nach dem Krieg. Mein Elternhaus gespielt haben wir zwischen den Ruinen. Platz hat es doch keinen Platz. Mein Elternhaus haben sie abgerissen, das kann ich nicht vergessen. Nicht mal verzeihen, das geht mir nicht nur noch. Wir haben auch Bedienstete vom Schloss drin gelebt. Wir haben darum gekämpft. Was haben sie gemacht mit uns? Ich habe damals verpflanzt ans Ende von der Welt saubere, schöne Sozialwohnungen, wo aber die Miete kaum was zahlen können. Eigentlich hätte mir keiner Schmerzensgeld kriegen müssen. Mein Vater hat es Gott sei Dank nicht mehr erlebt. Unsere Mutter ist eingegangen wie ein Primeltopf, weil sie aus ihrer Stadt vergebisst hat. Sie hat es nicht ausgehalten. Ich verkummert, starb. Trotzdem. Ich bin ein Karlsruher Mädchen immer noch stolz drauf. Manchmal laufe ich in meiner Kindheit noch. Ich gehe zu meinen Lieblingsplätzen, ein paar gibt es noch. Da kriege ich dann so ein Wohligs-Herzbauchweh, wo ich meine erste Liebe getroffen habe. Sehen schon mal im Karlsruher viel abgedacht, wenn ich an unsere schöne Altstadt denke. Das war etwas Besonderes. Der Vater hat Musik gemacht, im Engel der Nickel-Klausel. Da war Leben volles Menschenleben. Unser Ende-Gast. So was nennen sie heute Eros-Center. Als Kinder haben wir uns den Spaß draus gemacht, vornehmen Herren, die ins Vergnügungsviertel von Karlsruher und ans andere End von Karlsruher zu schicken. Mann, wie sie die geschwitzt haben, bis sie sie haben vergnügelt. War ja besser, aber wir haben uns immer totgelacht. In der Karlsruher Mädchen nicht weinen, sondern trotzdem stolz drauf. Bin schon so viel rumgereist, aber spätestens ab 14 Tagen kriege ich ein, wie nach meiner Karlsruher Luft. Das Gefühl ist was, wo wir ganze Leid her, das kann man niemand nehmen. Ich hoffe, Karlsruher Frau, ihr denkt da so. Schwätzt nicht Hochdeutsch. Es hört sich furchtbar, wenn Karlsruher Hochdeutsch babbeln will. Karlsruher Mädchen schwätzt so warm und weich, guren wie die Maikplatz da. Du kannst aber auch in keinem Dialekt so schön schimpfen. Wir bleiben das, was wir sind. Karlsruher Mädchen und die Männer sind auch das Besonderes. Vielen Dank. Applaus